Hallo und herzlich willkommen bei Loreline.de. Mein Name ist Eggless. Wir machen zwei Erfolge auf einmal. Nämlich einmal Springer der Albträume und Turmspringer der Albträume. Ich kann euch gerade nicht sagen, welches der eigentliche Erfolg war. Ihr schließt sie eh beide gleichzeitig ab. Ihr seid hier oben auf der obersten Ebene und geht hier vorne an die Taucherbrille, drückt F und macht den hier. Ganz toll. Und ihr versucht im Wasser zu landen. Ich habe gehört, es gibt Leute, die schaffen das nicht. Ich weiß nicht, wie sie das nicht schaffen, aber es funktioniert. Bitte sehr. Ihr müsst nicht mal wirklich im Wasser landen. Es reicht vollkommen, wenn ihr irgendwie 30 Meter davor seid. Aber das war's. Mehr ist das nicht. Viel Spaß beim Nachmachen. Like und Abonniere nicht vergessen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Und tschüss.